hallo da draußen ist der einsame wanderer während die ampel tagt und der kleber der macht hier sie immer noch zusammenhält es fragt sich nur jeder wie lange noch kommt ein artikel ampel reißig zusammen mit fünf punkten bringen wir deutschland wieder auf kurs aha da wollen wir mal gucken welche fünf punkte das sind und was ich dazu sage schauen wir mal rein also focus ist das hier die bundesregierung steckt in einer tiefen krise nicht nur die bei der ampel liegen die nerven blank schon am mittwoch könnte für die ampel aus spd grün und fdp nach zwei jahren zehn monaten 30 tagen das nicht ausgehen focus online sagt wie deutschland wieder auf kurs kommen kann was dafür nötig ist die aktuelle steuerschätzung zeigt die deutsche wirtschaft schwächelt die steuereinnahmen steigen nicht wie erwartet und die stimmung im land ist angespannt ja und im prinzip sagen uns die politiker stellt sich so beschissen an ihr habt nur die falsche einstellung ist doch gar nicht so schlimm unfassbar diese arroganz der politiker leute nur mal so wisst ihr was ich zahle mehr an krankenkasse und pflegenversicherung als die komplette miete für mein haus zieht euch kurz rein ich zahle mehr krankenkasse und pflegenversicherung als alles zusammen was für meinen wohnen drauf geht kranke scheiße für den bundeshaushalt 2025 klafft eine finanzierungslücke von 12,7 milliarden euro im november soll der bundestag final über den haushalt beraten ob das gelingt ist jedoch ungewiss die regierung steckt in einer tiefen krise nachdem bundesfinanzminister christian linden ein 18 seitiges positionspapier zur wirtschaftlichen neuorientierung vorgelegt hatte während sich das ampelbündnis in der öffentlichkeit zofft braucht deutschland dringend maßnahmen um wieder auf kurs zu kommen da hätte ich eine menge dinge die ich vorschlagen würde die kann ich hier allerdings nicht sagen aber vielleicht sage ich einfach die dinge die ich sagen kann vielleicht werde ich ja mal außenfalls nicht dämonetarisiert mal schauen nach unwahrscheinlich die wichtigste botschaft vorweg deutschland hat in der vergangenheit bewiesen dass es krisen bewältigen kann ob öl euro energie oder jetzt die auslastkrise unser land zeigt immer wieder dass es in schwierigen zeiten zusammensteht und lösungen findet auch dieses mal werden wir das schaffen boah wir schaffen das geht weg alter mit oder ohne die amt regierung damit es gelingt braucht es einen fünf punkte plan damit deutschland wieder lukrativ wird für industrie start ups und kleinunternehmer wie wärs denn auch für die bevölkerung die hier lebt wäre auch noch mal eine idee und das ist ja toll mit den ganzen krisen die da aufzählt ja die haben wir aber selber uns eingebrockt die haben wir uns selber eingebrockt die scheiße mal ganz ehrlich so zu tun als würden uns krisen hart treffen wir gehen mit ihm wieder raus wir sind ja so doof und haben sie selber geschaffen die krisen gut schauen wir mal das der fünf punkte plan für deutschland 1 bürgergeld das bürgergeld in seiner aktuellen form ist gescheitert korrekt die sozialkosten steigen und der staat kann diese belastung nicht unbegrenzt tragen ach was das ist ja was ganz neues stattdessen braucht es ein system das gezielt anreize setzt um menschen zurück in die arbeit zu bringen insbesondere in handwerken und dienstleistungen wo fachkräfte dringend gesucht werden das klingt wie eine platte den sprunger das habe ich schon so oft gehört und die antwort ist bestimmt wir brauchen mehr zuwanderung wegen der fachkräfte statt allein auf eine verschärfung der regelung zur arbeitsverweigerung zu setzen könnten anreize zur freiwilligen arbeitsaufnahme verstärkt werden eine kleine prämie für die aufnahme einer arbeit in gefragten branchen flexible arbeitszeitmodelle und gezielte berufsberatung könnten dazu beitragen die hemmschwelle zur arbeitsaufnahme zu senken ein system das auch wohnmöglichkeiten außerhalb der ballungsräume berücksichtigt kann dazu beitragen die mietdruck in den städten und die sozialkosten zu senken nach dem motto wenn ich hier arbeiten will muss auch nicht in der großstadt leben das sind alles ganz tolle träume wie du das umsetzen möchtest frage ich mich eine prämie dafür dass ich in einem fachkräftemangelberuf anfangen bist du bescheuert sorry aber was ist das für eine leihenökonomie ich gebe den leuten doch nicht in den markt wo eh schon leute gebraucht werden und damit die löhne theoretisch hochgehen müssten noch eine prämie dafür das ist doch bullshit sorry aber das ist ökonomisch meiner ansicht nach kompletter quatsch sowas sagt vielleicht der fratsche aber ansonsten flexible arbeitszeitmodelle ja das immer das gleiche gelabern das sind wirklich so diese worthülsen hier gezielte berufsberatung ich denke mir am fachkräftemangel wen soll ich denn da beraten das ist auch ein problem mit der ganzen geschichte mit argo und co und arbeitsamt ihr seid überflüssig freunde denn wenn wir fachkräftemangel haben wen wollt ihr dann vermitteln wen wollt ihr denn vermitteln wenn keiner da ist ihr seid überflüssig damit wisst ihr was hier stehen müsste macht die grenzen dicht setze migration auf null führe remigration durch und senke die zahl derer die hier einfach nur in die sozialleistungen ziehen und ist mir eine besonderes bedürfnis auf das kindergeld noch mal einzugehen streite mal das kindergeld für die ganzen leute die schmarotzen und im ausland leben ich habe es ihr letztes geteilt ich sage es mir so ganz hart da kriegt jeder kindergeld irgendwo hingeschickt den großen krieg geht nach polen und ich als deutscher bürger der in deutschland lebt arbeitet in steuerzeit und nur ab und zu nach schweden fährt ja und auch nicht gut damit aufgestellt zwar ich meine familie eben nicht so oft sehe ich bin gerade in der klage gegen den staat weil man mir mein mein kindergeld verweigert ich klage jetzt für fast 700 euro in der ersten branche kriegt das noch mal klar ich klage damit ich kindergeld bekommen weil die mich der art rang salieren dass es wirklich auch klar ersichtlich ist auch für jeden richter das ist schikane was hier passiert das ist absolute schikane wenn das ding durch ist mache ich vielleicht mal video ich kann mir auch vorstellen dass ich verliere gegen den staat vielleicht stehe ich auf einer schwarzen liste irgendwo als dissident halte ich inzwischen für durchaus möglich das was mir an steinem weg gelegt wurde ist nicht normal also das ist wirklich richtig richtig schikanen die ich bekommen habe andere leute müssen eine lohnabrechnung vorweisen von mir wollten die noch und nöcher und nachdem ich dann geliefert hatte kam brief mit abgelehnt und da haben sie neue forderung gab ganz andere wieder bis hin zu ich soll rechnung an meinen stromverbraucher und und mietrechnung nachweisen und so so das heißt da ist da ist im prinzip ist da sozusagen eigentlich die vermutung du wohnst doch gar nicht in deutschland du arbeitest doch da gar nicht und jetzt wollen ich bestrafen dafür was natürlich schwachsinn ist ich zahle in deutschland meine steuern etc etc meine krankenkasse okay also das nur mal so anbei ja eier doch nicht rum geht doch mal zum kern wir haben und es kann ich mal so hart sagen lauter schmarotzer in deutschland die alle ziehen und nichts einzahlen das ist ein riesiges minusgeschäft wenn wir das nicht hätten würden wir derart viel geld sparen wir hätten viel mehr wohnraum zum beispiel auch und der arbeitsmarkt würde auch anders sehen anpassung bei zuschlag und abschlag bei der rente auch so übrigens noch nach oben und zusätzlich hätte es noch volkswirtschaftliche kosten die gemindert werden zur folge nämlich ich hätte ein weniger messerstechereien und so weiter und so fort bei einer differenzierung es sind nicht alle so ihr wisst wie ich darüber denke aber statistisch gesehen und so weiter brauche ich glaube ich nicht erklären ja erkennt das aber nur noch mal der hinweis nicht alle sind so lieber staat ich differenziere sehr wohl ja nicht dass ihr ihr müsst nicht bei mir vor der tür stehen mit einem sega ja braucht da nicht die nächsten jahre werden für die renten kasse belastungsprobe wichtige reformen sind notwendig ja woran könnte das liegen dass eine menge leute die nie eingezahlt haben rente kriegen könnte das vielleicht der grund sein grund millionen baby boomer gehen in die rente ach so daran liegt nicht dass wir das geld in alle welt verschenken radwege in peru und na sagen ja das sind völlig verschiedene pötte und und hörpfe ach komm hör doch auf das doch geleier das ist doch nur eine frage wie es umschichten will wenn der wenn der wille da ist kann ich auch irgendwie umschichten und und das anders machen als es jetzt ist da kannst du mir nicht erzählen dass es gesetzlich nicht geht es geht ja sonst auch alles was ihr wollt gesetzlich was gesetzlich nicht geht siehe kohlen da geht ja auch alles ja also es ist nur eine frage des willens und das hat nichts mit dem baby boomer allein zu tun sondern dass wir das geld verschwenden in alle welt und wir lauter leute auszahlen die nichts geleistet haben wie mit dem bürgergeld wie mit der immigration wieder das könnte zum problem werden weil sie da nicht mehr in die rentenkasse einzahlen sondern geld aus ihr beziehen das renteneintrittsalter soll auch deshalb sukzessive bis 2001 rechtlich auf 67 jahre angehoben werden genau wir arbeiten einfach immer länger merkt ihr eigentlich dass das bedeutet dass das system nicht funktioniert das heißt ja aber auch von der logische wir kriegen irgendwann keine rente werden irgendwann dann theoretisch bis 80 arbeiten müssen weil wenn das so weiter läuft und das system nicht funktional ist dann ist das ja das was passieren muss das system könnte funktional sein aber das ist wahrscheinlich auch nicht gewollt doch das reicht wohl nicht angesichts der entwicklung braucht deutschland dringend maßnahmen zur anpassung des rentensystems eine maßnahme könnte sein wer früher in rente geht soll höhere abschläge zahlen wer länger arbeitet bekommt wiederum zuschläge aktuell sind die abschläge geringer als die zuschläge das renteneintrittsalter auf 69 oder 70 jahre anheben diese frage sollten wir diskutieren in anderen ländern setzen diesen schritt bereits um in dänemark liegt das abschlagsfreie renteneintrittsalter bei 74 jahren in italien und in zukunft 71 jahren mit anderen worten du sollst dich tot arbeiten das heißt das damit du kaum noch was aus der rentenkasse ziehst dass die übersetzung davon du musst länger arbeiten weil du stirbst dann ja irgendwann und wenn du länger arbeitest ziehst du wenigen aus der kasse und dann sind wir dich vielleicht wenn wir Glück haben nach vier fünf jahren los nachdem du in rente bist das ist ein konzept das kannst du ökonomisch erklären aber es ist zutiefst inhuman das heißt dass ich eigentlich leute verheize dass ich so lange arbeiten lasse damit ich immer weniger zahlen muss ja sie arbeiten also das ganze leben lang dafür dass sie am ende nicht viel kriegen und schön das in dänemark nennt habt ihr mal auf andere länder geguckt wo man viel früher in rente geht bürokratie abbauen steuerliche anreize schaffen jawohl das ist richtig wir haben viel zu viel bürokratie wir haben riesigen wasserkopf wir müssen eine ganze menge beamte loswerden eine ganze menge verwaltung wir brauchen viel weniger staat wie karlis sagt die besten zeiten hatten wir als wir wenig staat hatten wir haben viel zu viel staat gemessen in der staatsquote könnt aber nach gucken ist es viel zu viel wir müssen viel weniger staat haben wir haben einen sozialistischen unterbau der uns auf ist wir haben einen riesigen wasserkopf dieser staat ist wie eine zecke die immer nur saugen kann das funktioniert so nicht gut bürokratische hürden müssen abgebaut werden damit unternehmen schneller und einfacher arbeiten können digitale anträge und einfachere verfahren helfen vor allem kleinen unternehmen dazu müssen auch die bürden besser zusammenarbeiten vielleicht ist es auch gar nicht gewollt und vielleicht ist es auch lobby arbeit der großen firmen dass sie politisch so wirken dass es kompliziert ist weil sie sich in der rechtsabteilung leisten können die kleinen aber nicht zwinker smiley könnte ja sein auch die steuern sollten gesenkt werden damit große unternehmen wieder interesse daran haben deutschland zu investieren ja senkt steuern genau das ist eine sehr gute idee zusätzlich sind spezielle förderprogramme für kleine und mittlere unternehmen wichtig um ihnen beim wachstum zu helfen ihre wettbewerbsfähigkeit zu stärken da gehe ich tatsächlich mal konform das liegt allerdings nur daran weil wir einen kooperatismus haben und die politik mit den großen unternehmen kooperiert zusammenarbeitet und die zusammen ganz einfach wie wir es in corona gesehen haben gemeinsam die demokratie aushebeln die fdp macht hierzu schon einen vorschlag um die wettbewerbsfähigkeit deutscher unternehmen zu stärken sollte der solidaritätszuschlag in zwei schritten reduziert und schließlich abgeschafft werden ebenso muss die körperschaftsteuer schrittweise gesenkt werden dass sie aktuell über 50 prozent ist zur versteuerenden einkommens liegt plus einem solidaritätszuschlag von 5,5 prozent ja danke steuersenkung ist gut geht aber nur mit anderen dingen zusammen aber auch die arbeitnehmer sollten profitieren so könnte der einkommenssteuertarif gesenkt der grundfreibetrag und der kinderfreibetrag erhöht und der solidaritätszuschlag abgeschafft werden je mehr einem hauswalt nette zur verfügung steht desto mehr kann konsumiert werden das kommt der allgemeinen zugute mehrwertsteuer um 1 prozent anheben ich denke wir wollen steuern senken und jetzt heben wir sie wieder an so richtig konsequent in der argumentation bist du auch nicht die letzte mehrwertsteuererhöhung fand im jahr 2007 statt als der allgemeine steuersatz von 16 auf 19 prozent angehoben wurde was soll das heißen ist man wieder zeit ist schon so lange her gibt es eigentlich ein naturgesetz das sagt steuern müssen immer steigen eigentlich nicht der ermittliche satz von 7 prozent blieb jedoch unverändert ich erinnere mich daran in der gastronomie war das nicht so das soll auch so bleiben allerdings könnte der allgemeine steuersatz wie in vielen anderen nennen auf 20 prozent steigen der eine prozentpunkt würde sich im alltag der auswerte kaum bemerkbar machen benzin und diesel würden beispielsweise im schnitt um zwei cent teurer alternativ könnte dann die erhöhung der co2 pauschale von 45 auf 55 euro pro tonne kohlendioxid für 2025 ausgesetzt werden ausgemacht aus schwachsinn bullshit das wieder greift den leuten bitte tiefer in die tasche nein hört auf unser geld zu verschwenken in alle welt verschenkt es nicht ständig kauft nicht irgendwelche waffen für andere leute macht euch mal frei von dem sklaven status bei der usa ja wir sind nämlich der reine wassalenstaat macht euch da mal frei zieht da mal grenzen und lasst die scheiße mit der ganzen co2 kacke ich muss es mal so deutlich sagen das ist sozialistischer bullshit es ist bullshit wir haben gerade interessante studie die quasi hoch renommiert ist hatte ich erwähnt und die eigentlich sagt wir können einen menschen gemachten klimawandel gar nicht nachweisen nur mal so anbei ja das hier ist alles sozialistischer quatsch den brauchen wir nicht und wir brauchen übrigens weit weniger politiker die an uns saugen leute die mit völliger unfähigkeit unser geld verschwenden indem sie auf dem trampolin springen und sich dabei filmen ja leute die völlig inkompetenz unser geld verschwenden die brauchen wir da oben nicht die ziehen nur aber sie leisten nichts wir brauchen besser fünftens eine digitale infrastruktur funk netze fehlende glasfaser und teures internet deutschland liegt technologisch hinter anderen wirtschaftsmächten zurück das ist korrekt viele unternehmen sind im netz noch im schneckentempo unterwegs schnelles internet durch den ausbau von glasfaser und 5g netzen wird unternehmen effizienter machen und ihre wettbewerbsfähigkeit weltweit stärken glasfaser sollte auch in schulen standard sein um den unterricht digitaler zu gestalten mindestens selbst auch bullshit ja es ist nicht so dass der unterricht besser wird durch digitalisierung nein überhaupt nicht wenn du schwachsinn machst ja und gender und sonst irgendeinen blödsinn dann nützt dir eine glasfaser auch nichts die struktur des unterrichtes und des bildungssystems stimmen die stimmt aber nicht denn wir haben dieses jahr wieder eine pizza studie die die vollkatastrophe ist nichts können wenn sie aus der schule kommen wir müssen eine vernünftige struktur nicht dieses pipi langstrumpf takatuckerland in den schulen machen das ist das eine ja und dann ist es nice to have wenn du diese techniken hast ja das ist toll aber das ist doch nicht das problem wo liegen denn jetzt die probleme extrem hohe steuern und extrem hohe kosten weil energie die importieren zwischen energie wir produzieren weniger energie und dadurch wandert auch die industrie ab wir müssten wieder günstige rohstoffe und damit günstige energie haben und leider muss ich sagen sind das eben atunkaufwerke zum beispiel und das wäre auch mal wieder auf russland zuzugehen und nordstream zu öffnen was an uns liegt und nicht an russland was ja aber immer anders behauptet wird ja das wäre wichtig dann müssten wir diese regierung spätestens absiegen und die grünen vor allen dingen und eigentlich auch die spd ja das sind komplette sozialisten und die machen diesen staat kaputt sie bringen ihnen eine diktatur und das ist der nächste punkt du musst diesen staat wieder liberaler und freier machen du musst dafür sorgen dass grundrechte wieder gewährt werden was heißt gewährt nein garantiert werden vom staat und dass wir hier nicht ein staat haben wo du angst haben musst du eine andere meinung hast wo du zensur hast et cetera das würde nämlich eine ganze menge leute im land halten denn es sind viele leute gegangen unfassbar viele koryphäen haben das land verlassen weil sie derart zerstört worden sind sozial geächtet worden sind hausgesuchungen bekommen haben dafür dass ihre meinung gesagt haben wir haben eine unfassbare auswanderungsfälle ihr müsst mal gucken wie viele kompetente menschen dieses land verlassen haben die ganzen spitzen die oben gestanden haben in der korona krisis und die gesagt haben hier wir müssen es anders machen ja der mann im roten t-shirt der brandenburg der krall die kistel ich glaube der bakti auch noch der wurde glaube ich auch kai stuth ja um mal ein paar namen zu sagen die sind alle gegangen kai bahn ja da sind so viele leute mit viel kompetenz gegangen alles regierungskritiker hier haben wir über einen repressiven staat vertrieben aus diesem land wie man auch nicht vertrieben hat und ich sehne den tag herbei an dem ich mich in schweden anmelden kann das land verlassen kann was bis jetzt leider nicht geht weil ich eben kein konto kriege im augenblick und damit keine firma gründen kann es ich arbeite dran aber es ist wirklich unfassbar dass ich an sowas gerade scheitere es ist unfassbar ist ein ganz anderes thema ja aber noch bin ich in deutschland gebunden zahle dort meine steuern et cetera wohne da leider auch noch den großteil des jahres und arbeite da kein schöner zustand und ich hoffe ich komme da raus weil ich habe wirklich ich muss es so hart und so negativ sagen ich habe vom deutschstaat so die fresse dick ja das ist für mich ein ökosozialismus der sich als demokratie tarnt das hat mit dem freiheitlichen rechtsstaat nichts mehr zu tun und wenn du das auch so siehst und noch mehr punkte hast die wir ändern müssen dann gib mir mal einen daumen hoch und vor allen dingen lass ein abo da und teil das bitte damit ich wenigstens ein paar abos kriege denn monetarisiert werde ich leider sehten ja woran könnte das liegen auch wieder so ein ding falsche meinungen werden eben bestraft in deutschland auch das ein punkt der besser sein müsste das war's von mir heute und wir sehen uns bald wieder